Darüber möchte ich mit meiner Kollegin Antje Pieper in Rom sprechen. Ich grüße Sie. Guten Tag. Guten Tag. Eine Audienz beim Papst, das ist eine schwierige Begegnung von, in diesem Fall, zwei so unterschiedlichen Protagonisten. Ich kann mir gar nicht recht vorstellen, dass es da ein gemeinsames Foto von den beiden gibt. Wie findet diese Begegnung statt? Wann und wo? Also wir wissen jetzt, dass der Papst heute um 11.30 Uhr zunächst mal Kardinal Meissner empfängt, zu dessen Kirchenprovinz, wie es Bistum Limburg gehört, und danach um 12 Uhr empfängt er Bischof Theberts van Elst. Das wird sicherlich ein schwieriges Gespräch werden. Und wir werden wahrscheinlich auch wenig davon erfahren. Es findet natürlich im Vatikan statt. Und wir sind natürlich gespannt, ob sich der ein oder andere danach auch äußern wird beim Herauskommen. Vielleicht. Wir stehen natürlich hier Gewehr bei Fuß und möchten das gerne wissen. Aber wie wird das aussehen? Es kann schnell gehen, wenn der Bischof seinen Rücktritt dem Papst sofort anbietet. Wird er das tun? Aus dem Umfeld heißt es ja immer, dass er da eher zurückhaltend ist. Aber das ist natürlich reine Spekulation, wie auch der Bistumssprecher heute noch mal klargestellt hat. Und auf der anderen Seite, der Papst, wenn der Bischof nicht selbst sein Rücktrittsangebot macht, was wird er tun? Wird er abwarten, bis die sogenannte Bischofskommission fertig geprüft hat? Die wurde ja letzten Freitag eingesetzt von dem Präsidenten der Bischofskonferenz, Robert Zollic. Und man weiß nicht, wann es da ein Ergebnis gibt. Das kann natürlich noch ein bisschen länger dauern. Wird man aber so lange Zeit haben, nachdem es ja diesen Vertrauensbruch gibt mit dem Bistum Limburg? Das ist hier eben die große Frage. Der Papst vertritt eine Kirche der Armen. Der Limburger Bischof verkörpert für viele den Überfluss. Welche Lösung könnte es da geben ohne Gesichtsverlust? Wäre es zum Beispiel möglich, dass der Limburger Bischof im Vatikan bleibt und dort eine Stellung bekommt? Die katholische Kirche ist natürlich groß. Man kann da sicherlich gucken, ob es einen anderen Posten für ihn gibt. Der Papst könnte ihm aber auch erst mal einen Verwalter zur Seite stehen, einen sogenannten Administrator, um erst mal die Geschäfte zu prüfen. Aber nachdem es ja eben diesen großen Vertrauensverlust gibt, ist das kaum vorstellbar. Und so denkt man hier doch, dass es doch eine andere Aufgabe für den Bischof geben wird. Aber Sie glauben schon, dass es eine Entscheidung gibt. Denn letzte Woche hieß es ja, es ist ja eine Kommission eingerichtet worden, die die Vorgänge aufarbeitet. Und dann hatte man gedacht, das kann noch Wochen, vielleicht sogar Monate dauern. Dann hieß es ja doch nur Wochen. Aber immerhin, wenn jetzt die Audienz stattfindet, wird dann jetzt auch eine Entscheidung getroffen. Was meinen Sie? Ich weiß es nicht. Es kann gut sein, dass der Papst sich Zeit lässt, eben erst einmal die ganzen Fakten checkt und sich sein Urteil sehr genau überlegt. Denn es geht ja doch hier über die Zukunft eines Bischofs. Und da werden auch die Fakten überprüft werden. Wir wissen sehr wohl, dass dem Papst das Gebaren, das Protzgebaren nicht schmeckt. Das wissen wir sehr wohl. Er predigt ja eben diese arme Kirche für die Armen. Deshalb wird es eine Reaktion geben. Ob die aber so schnell ausfällt, wie wir Medien das immer gerne missen möchten, das bezweifle ich. Also warten wir einfach ab. Nun wird hierzulande diskutiert, dass es versteckte Vermögen der katholischen Kirche gibt, dass die Kirche in Wirklichkeit reicher ist als gedacht und dass eigentlich niemand recht weiß, wie viel Geld hat sie denn nun wirklich, wie viele Immobilien und wie viele andere Anlagen überhaupt. Wie sehr arbeitet denn Papst Franziskus wirklich an einer Transparenz der Vermögensverhältnisse? Er setzt sich für Transparenz ein. Das wissen wir ja auch bei der Vatikanbank. Dort hat er alles genau überprüfen lassen. Und zum ersten Mal gab es dieses Jahr sogar einen Jahresbericht der Vatikanbank. Das gab es vorher noch nicht. Also, auch wenn hier noch nicht alle Konten offen liegen, man arbeitet an der Transparenz. Antje Pieper in Rom, vielen Dank für diese Einschätzung. Dankeschön. Dankeschön.